Soweit die Informationen zum Arbeitsmarkt aus dem Bundeskanzleramt. Peter, da ist sehr viel Optimismus versprüht worden. Ist der gerechtfertigt? Ja, es kann wahrscheinlich nicht mehr viel weiter nach unten gehen, als es schon gegangen ist. Daher wird die Regierung natürlich alles daran setzen, um möglichst viel Optimismus zu verbreiten. Wir werden auch öfter Botschaften in dieser Art hören, schon allein aus dem Grund, weil es ja andere Dinge, andere Affären gibt, über die die Regierung nicht so gerne spricht. Also daher war ganz klar hier die Botschaft, ja, freut euch, es geht aufwärts, es könnte weiterhin aufwärts gehen. Allerdings, es wird ein schwieriger, ein steiniger, ein holpriger Weg werden. Ein Wort, das mir aufgefallen ist, war der sogenannte Nachholeffekt, hat man es genannt, bei den Insolvenzen. Also sowohl der Finanzminister als auch der Arbeitsminister haben zugegeben, dass man jetzt nach dieser langen Phase, in der man Unternehmen ja auch durchgefüttert hat weiter, dass man jetzt in eine Phase kommen wird, in der dann doch nicht alle Unternehmen überleben werden können. Und in der man dann auch entscheiden wird müssen... Die konnten mit den Hilfen überleben, wenn die jetzt auslaufen, nicht mehr. Genau. Und dann wird man entscheiden müssen, wie viel ist es uns wert, dann vielleicht noch weitere Überlebenshilfen zu geben. Oder dann den normalen, muss man leider sagen, wirtschaftlichen Prozess der Bereinigung Platz greifen zu lassen, den es ja auch sonst gegeben hätte. Es hätten ja auch ohne Corona nicht alle Firmen überlebt in der ganz normalen wirtschaftlichen Landschaft, selbst bei höchster Hochkonjunktur. Das ist einfach der übliche Lauf in der Privatwirtschaft. Aber natürlich wird man sich überlegen, wie man das abfedern kann und wie man das vor allem so gestalten kann, dass jetzt die Beschäftigung doch einigermaßen kontinuierlich wieder nach oben geht. Vieles hängt natürlich auch an den Öffnungen morgen. Da gab es jetzt viele Fragen auch zu den Tests und zu den Impfungen. Wie soll das funktionieren ab morgen? Es könnte jetzt einmal österreichisch gesehen ganz gut funktionieren. Es gibt ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die jetzt gar kein Problem mehr damit haben, weil sie irgendwas vorzeigen können beim Eintritt in ein Lokal, weil sie sagen können, ich bin nachweisbar schon immunisiert. Andere können nachweisen, dass sie die Krankheit überstanden haben oder dass sie einen ganz frischen Test haben. Interessant wird sein die Frage mit Leuten, die nichts dergleichen vorweisen können, wie die das dann jeweils machen können beim Eintritt in das jeweilige Lokal. Da muss jeder Lokalbesitzer und jeder Wirt und jede Wirt in sich selbst überlegen, eine Herangehensweise, wie man das dann durchzieht und wie man das macht. Aber die Möglichkeiten werden sicher da sein, auch beim Reisen. Es fallen jetzt europaweit doch nach und nach auch die ganzen Beschränkungen im Reiseverkehr. Da muss man den Tourismus einkurbeln. Ja, allerdings da hat auch der Arbeitsminister darauf aufmerksam gemacht. Es wird noch länger dauern, bis man auch Gäste von außerhalb Europas in Österreich so ohne weiteres begrüßen wird können. Hier hat die EU ziemlich früh schon beschlossen, sich mehr oder weniger abzuriegeln gegen das außereuropäische Ausland. Und die Frage, ob man dann Reisende etwa aus den USA, aus Großbritannien, das ja auch nicht mehr in der EU ist oder anderen Staaten, wieder in die österreichischen, vor allem Städte, Stadthotellerie bringen kann, aber auch in die Urlaubsregionen, das ist eine noch offene Frage. Das heißt, das könnte noch länger dauern. Bleiben wir noch bei der EU. Finanzminister Blümel hat da Österreich gelobt im EU-Vorgleich bei den Hilfen. Österreich wäre da sehr früh dran gewesen bei Verhandlungen mit der EU-Kommission. Wie schaut das aus im EU-Vorgleich? Ja, diese großen EU-Ausgleichskassen und Aushilfskassen sind ja nicht primär dazu geschaffen worden, um Österreich zu helfen. Die Idee dazu ist ja geboren zu einer Zeit, wo vor allem Italien ganz besonders schwer getroffen wurde von dieser Pandemie. In weiterer Folge dann auch Frankreich und Spanien und andere Staaten, die ohnehin schon mit Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Erholung zu kämpfen hatten. Und da hat man dann dieses Instrument, dieses Konzept der gemeinsamen Schuldenaufnahme entwickelt und hat aber auch gesagt, ja schauen wir dynamisch, wem wir dann im Endeffekt helfen. Nämlich auch im Hinblick darauf, wie schwer hat sich bei diesem oder jenem die Krise dann tatsächlich ausgewirkt und adaptieren wir das dynamisch. Und das hat der Finanzminister angesprochen, etwas spötisch, indem man gesagt hat, ja die Staaten, bei denen es schneller aufwärts gehen, die haben dann weniger auf EU-Hilfen zu erwarten. Aber natürlich, ja, so funktioniert dieses System und Österreich wird nicht zu den ganz, ganz großen Profiteuren aus diesem EU-Verteilungssystem gehören. Österreich wird ziemlich viel einzahlen und wird schon auch etwas rausbekommen, aber das wird auch an strenge Bedingungen geknüpft sein. Brüssel schaut sich das ganz genau an, ob das dann wirklich zukunftsweisende Projekte auch sind, die da eingereicht wurden.